Als Führungskraft in einem mittelständischen Hotel in Schleswig-Holstein steht Carsten momentan vor großen Herausforderungen. Fachkräftemangel, branchenfremde Wettbewerber, individualisierte Reiseangebote, der generelle Einfluss der Digitalisierung und Technologisierung und viele weitere Effekte wirken sich zunehmend auf sein Unternehmen aus. Das bemerkt Carsten insbesondere im Umgang mit seinen Mitarbeitern. Die Ansprüche an ihn als Führungskraft steigen stetig, sodass er gefordert ist, seine Führungsarbeit unter Nutzung entsprechender Instrumente so auszugestalten, dass sowohl Innovationen als auch Optimierungen und Verbesserungen ermöglicht und ausbalanciert werden. Daher meldet sich Carsten für den Kurs Führung im Spannungsfeld zwischen Optimierung und Innovation des Projektes Tourismus 4.0 in Schleswig-Holstein an. Im dritten Online-Kurs der dreiteiligen Reihe im Kontext Innovationsmanagement vermittelt die Diplomökonomin Pirka Falkenberg Wissen rund um Instrumente, Handlungsempfehlungen und Funktionen zeitgemäßer Führung touristischer Unternehmen im digitalen Zeitalter. Dabei geht es um konkrete Ansatzpunkte zur Optimierung der Unternehmensführung und um innovative Führungsstile vor dem Hintergrund diversifizierter Produkte und Services. Führungserfahrung ist für die Observierung des Kurses hilfreich, aber nicht erforderlich. Die Teilnahme an den zwei anderen Modulen Innovationsmanagement und Ideenmanagement wird empfohlen, um die Thematik ergänzen und vertiefen zu können. Carsten lernt in fünf Lerneinheiten, Managementfunktionen und Instrumente der strukturellen und interaktiven Führung auf sein eigenes Führungsverhalten zu übertragen. Außerdem eignet er sich Kenntnisse über neue, flexible Führungsstile an, um diese direkt im eigenen Unternehmen anwenden zu können. Carsten lernt, eine gestaltende Rolle für Innovations- und Ideenfördernde Kriterien und Aufgaben zu übernehmen, sodass er als Promoter beim Abbau von Barrieren wirken kann. Darüber hinaus kann er ein Verständnis für die Bedeutung einer beidhändigen Führung aufbauen und diese für bevorstehende Managementaufgaben nutzen. Carsten freut sich, denn er konnte sich mit Hilfe des Kurses seinen eigenen Führungsstil weiterentwickeln und ist nun dazu in der Lage, die neu gewonnenen Erkenntnisse in seine tägliche Führungstätigkeit im Hotel einzubringen. Die Balance zwischen Optimierung und Innovation im Rahmen seiner Führungsaufgaben herzustellen, erschien ihm noch nie so einfach. Möchten auch Sie sich im Bereich Innovationsmanagement weiterbilden? Dann melden Sie sich jetzt gleich für die kostenfreie Probephase im Jahr 2019 unter www.oncampus.de.t40 an.